Das erste Pack, was ich öffne, und ich sehe direkt hinten, Deutschland, Germany. QR-Code könnt ihr euch sehr, sehr gerne abscannen für die Online-App und dann drehen wir mal um. Wir haben hier als erstes Marco Grujic, Ex-Hertaner. Dann haben wir Harry Maguire von den Engländern. In der Mitte sehe ich schon die erste Insatz, Olivier Giroud. Und das ist Golden Goldscore Patrick Schick von den Tschechen. Und es gibt direkt die nächste. Das ist Hero-Karte von Baumgartner. Und dann noch eine Stadt. Vibobnik. Okay, Geheimfavorit Vibobnik würde ich jetzt nicht sagen. Ich hoffe, dass hinten ein geiler deutscher Spieler kommt. Geheimfavorit Mario Götze. Mario Götze schießt uns wieder zum Europameisterschaftstitel. Maurice, bist du d'accord? Sehr cool, ja. Perfekt.